Kommt der schon hin? Keine TV, so wie es aussieht? Zu weit, aber auch fast im Krieg. Boah, das ist einfach die Explosion für. Ja. Da kriegen wir oben. Aber jetzt kommt's aber. Oder? Ne, doch. Raucht nur durch den Depth. Ja, oder gar nicht, schießt so auf uns. Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Dissabilt. Zerstört. Da fliegen sie gerade. Ah, was war denn so? Das ist so weit der Tank hier. Ah. Ah, wird trocken. Und Score? Also Null. Ja. Ah, der ist reingelaufen, ne? Hier liegen. Da macht er gar nix. Komm, komm. Ja, das ist die. Pfff. Zu viel. Eindeutig. Ja. Nein! Du hast ihn geholfen. Du hast ihn geholfen. Weinig. Dämmig. Äh, warte mal. Was denn der? Geschrieben. Oh! In dem Chat. Weiß gesehen. Auch mit Ginny. Ach so. Ich glaube, was ist hier los? Komm. Kurz vorher. Naja. Ja, was ist... Was ist denn das hier? Stimmt auf D. Oh, da kommt der Jet. Ah, ist ausgesprungen. Besebelt. Pst. Ja, kurz zu A. Oh, er ist ja tot. Oh, ich habe extra vor aufgehört zu schießen. Ich glaube, er ist tot. Man. Auf dem Dach. Heli ist wohl wieder rausgesprungen. Wir sind einer weniger. Okay. Das läuft kurz. Oh, ich habe ihn doch nicht. Ich schau. Er hat dich eindeutig verwirrt. Ja. Ich bin lieb. Boah. Boah, schon wieder. Ja. Oh, da fährt der TV. Glaube. Könnte. Oh. Damn. Haha. Oh oh. Können die Igler sein. Oder die? Ja, die ist das. Ja. Oh. Das ist aber eh klar. Scheiße. Ich konnte ja flären. Und aussteigen. Dann kann er sich anvisieren. Wir wollen die Interactive 3. Arschen wieder. Der kommt ja auch direkt runter gesehen. Nackellt. Gelandet und gekillt. So bestimmt im Haus da. Ja da drückt man der Igler, aber so muss man da. Ja, der Heddy wahrscheinlich. Oh scheiße Sonne. Zu dicht. Au. Morden bleiben. Disabled. Bam, destroyed. So ausgetrunken. Beim Pause ist der eine. Mach's wohl weg. Das Haus brauchst du dir doch keiner hier. Heddy steht dann. 8-0 noch. Hm. 4-0. Ha. Hau. 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 Umher. Hau. 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 Ja. Hau. 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 Wenn wir ein Heli weg. Ja. Nasenwarze? Ey, wie kann man Nasenwarze heißen? Nasenwarze. Die ganzen Tanks, die hier stehen, was ist denn das? Ja, weil von den ganzen Punkten benutzen sie die Tanks anstatt vom Sporen, müssen sie nicht so weit fahren. Aber der andere Heli ist auch schon wieder da. Ah, nein, gut. Könnte ganz schön weit sein, aber er kommt ja dichter. Er macht doch nix. Pfff, bin ich gerade rein. Ah, diesmal ging's. Oh, Jet hat gerade ECM und ist rausgesprungen. Nee doch nicht. Nee, ist doch krass. Ach, scheiße! Ah, gerade ein Trocken. Und? Oh. Mir geht's dir. Aber mit ner Raketentreppen gleicher. Ja. Ja. Ich staub ihn ab. Jawohl. Jet. Äh, die meine. Oh, schade. War ein Tank abgestaubt. Ja. Du bist wieder vor mir, ey. Hehehe. 300 Punkten. 13-1 hast du auch 9-1 hast du. Mal komm mit, ey. Mal komm mit, ey. Alter nicht. Warte. Ach, fuck. Dreht da ab. Ja. Ist die M halt, ne? Ja. Warte, jetzt nochmal. Mach' doch. Steht grad schön. Oh, knapp. Na ja. Na, Jet. Oh, nein. Oh, der ist halt ausgewichen. Nein. Absieht feig oder irgendwo. Der Jet ist gerade gegen die Wittbühne da. Hintenmühle. Ja, hier, mit dran, so weiß das Ding. Lass doch mal. Oh, der Lieb ist fast tot. Oh, toll. Da kommt ein Jet. Treppt uns nicht. Treppt uns nicht. Mich hat er getraut. Aha, einmal getraut. 55 habe ich nur noch. Abstauben. Das ist ehemal. Scheiße. Er ist erweckt. Jo. Kill. Ja. Erst mal jagen. Das ist ja die bisschen. Nein, der Heli. 10-1 hast du, ey. Was ist denn los? Ich glaube, okay. Kill's ab. So, Heli. Ich glaube, er noch ab. Oh, was ist denn da? Na, komm doch. Stop. Ah, fuck. Das war aber nix. Bäm. 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 Tot. Ah, Kill ist es 18. Warum habe ich so viele Kills. Ich stoppe die ganzen Jets ab. Das ist der Heli. TV, Achtung. Oh. Gar nicht will sehen den. Kommt schon wieder ein Jet. Sehen nicht. Oh, noch ein TV. Wir müssen aufpassen über ihn. Der Jet ist da hinten irgendwo. Ah, der Heli. Was ist der? Über uns. Über uns, ja. Alles weg. Ich kann mich ja wieder auf den Jet konzentrieren. Der irgendwo noch hier hinten rumgurkt. Ich sehe ihn ja sonst gleichzeitig auf dem Radar. Ich muss nur ein Auge drauf behalten. Ich habe nur gehofft auf Hitmarker. Da kommt ein Tank von vorne. Tank. Wie geht die auf die Länder? Ich habe gerade abgeschossen. Echt? Der Jet hat uns fast gerammt. Oh, weg hier. Pedi plus Soulflame. Bam. Ja. Wieso trifft das? Ja, das war so ein Soulflame-Dingsbums. Ja, aber letztens hat das bei uns doch auch nicht geklappt. Ja, das stimmt. Scheiße. Ich habe so getrug. Ganz knapp über den Boden. Oh, das sah aber nicht schlecht aus. Das sah gerade knapp. Ja. Es sah so aus, als ob das trifft. Boah, ich treffe. Hilfe, mein Kill. Tja, alle Punkte. Na. Hiti steht da. Startet gerade. Nein. Das war jetzt weg. Weg ist er. Jetzt bist du hinter mir. Ein anderes vor mir. Buh. Boah, wieder reingeflogen, Heli. Scheiße, zu spät gecheckt. Oh, du fasst das eben. Haha, damit hat er nicht gerechnet. Oh, und jetzt ist der Heli. Aus dem Strauß gesprungen. Oh, ich habe einen. Aber der andere ist da noch irgendwo aus rechts. Hab ihn, glaube ich, ja. Okay. Ah, abgestaubt. Das stimmt, das ähnelt vorher. Heli. Oh, kacke. Ich hau ab. Das ist wieder vor mir. Mit elf Punkten. Desabled. Auf seinem Moppet desabled. Nein, das ist halt ich. Oh, desabled. Schade. Ich freu mich mal so, Flames. Trifft nicht. Ja, mein ich. Boah, voll rein. Bam, desabled. Hahaha. Kriegen wir uns nicht. Ne. Können nicht so nervig fliegen wie anderem. Fliegen wir uns auch wieder dauernd? Okay, da weiß ich jetzt nicht, was das ist. Moppet. Auf A. Moppet ist down. Auf A ist auf jeden Fall eine. Das Haus. Damn. Was? Die ist rumgeflogen. Geh zurück in hier. Was? Was ist du denn da? Weg. Äh. Entweder ist mein Spiel abgestimmt.